Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadum mit einer neuen Folge Imperatorom, wir sind Sachsen. Wir werden in der letzten Folge uns das Weltgeschehen angeschaut, ein paar Provinzpolitiken geändert, wir haben die Kriegsvorbereitung soweit eigentlich abgeschlossen, dachte wir alle, aber ich habe mir nochmal die ganze Situation so angeschaut und nochmal ein bisschen ein paar graue Zellen angestrengt. Und wir werden hier die Söldner auch noch mit ranholen, besser ist. Wir gehen da auf Nummer sicher und dann haben wir auch noch einen spitzenmäßigen General, das ist ein 13er. Ich weiß, wir machen dann halt wirklich monatlich ordentlich Minus, aber es ist wahrscheinlich, dass die hier massiv mit Söldnern uns angreifen werden, wie halt eigentlich in den letzten Kriegen auch dann immer. Und wir wollen das Risiko dann hier näher eingehen, dass wir hier vielleicht richtig, richtig krass verlieren. Und die Armee werden wir einmal so positionieren, dass wir die dort einsetzen, wo denn Not am Mann ist. Wir lassen die Zeit noch ein bisschen vergehen, weil die Moral muss ich natürlich hier noch erholen. Und ich sehe mal, das ist gestorben. Schwerer Entzündung, 42. Der hat ja einen Posten inne. Apotheker. Ah, das ist der Posten, den wir immer so offen lassen für die verachteten Familien. Einer aus der Hildgarnis-Familie muss es werden. Und da haben wir einen Dreier. Bitte sehr. Moral ist eigentlich hoch genug. Wir erklären jetzt Herulien den Krieg und die Ollen soeben da. Das Königreich, der soeben wird denen zu Hilfe eilen, leider. Uns wird hoffentlich Lukien zu Hilfe eilen. Was geht los? Herulien den Königreich, der soeben, ne? Die unterstützen die halt. Ja, ist es halt so. Wir müssen auf jeden Fall die Geschwindigkeit noch runter machen. Und die Truppen bringen wir sofort rüber. Und hier führen wir die Belagerung durch. 27.000, 33.000 Kämpfer. Was für eine Anzahl. Also, ich bin stolz auf unser kleines Sachsen hier. Ach, und wir sind übrigens zur Großmacht geworden. Wir Schiffe haben die fünf. Das war auch noch in der letzten Folge. Durch Migration. Ich weiß nicht, drei oder vier Siedlungen haben wir, ja, migriert. Also, an uns geschlossen. Und sind dadurch zur Großmacht geworden. Ja, 7.000. Was macht Lukien? Die schicken auch ihre Truppen, schön. Mal sehen, was Herulien aufbieten wird. Wollen wir mit den Söldnern schon rüber gehen? Na, wir warten es mal so mal. Und die Truppen hier auch noch ein bisschen aufteilen. Greifen die uns an? Nö, sieht mir so aus. Wahrscheinlich marschieren die nach Marianos. Ja. Die lassen wir mal als Backup hier hinten stehen. Die Söldner machen halt jetzt wirklich richtig, richtig krass minus 4,3 Gold. Das ist eine Menge Schotter. Hier können wir rüber marschieren. Ja, die machen das gar nicht mal schlecht. Die greifen zuerst unsere Verbündeten an. Hat sich jetzt hier noch jemand angeschlossen? Wieso ist das? Rot. Rukia. Wir haben doch jetzt keinen Krieg noch gegen Rukia, oder? Nö. Eigentlich nicht. Das soll mal kein Mist machen, unsere Verbündeten. Lasst euch da nicht sinnlos abschlachten. Das muss nicht sein. Genau, um geht das mal. Ach, die scheinen Lupchen angreifen zu wollen, oder was? Boah, sollen sie machen. Das ist durch. Die marschieren anscheinend hier zu ihrer Hauptstadt. Die greifen da direkt mit unseren Söldnern an und ziehen die Truppen auch noch mit hinterher. Ja, die greifen Lupchen an. Was haben die für einen General? Ein 13er? Nee, kein Geil. Ich habe schon einen Schreck gekriegt. Ein 4er General haben die. Das Gewicht ist das. Die 13. Die können Lupchen mit der Armee hier beistehen. Wir haben hier immer noch die Söldnerarmee. Bis jetzt hat der Gegner auch keine Söldner rekrutiert. Da oben kommt es zur ersten Schlacht. Die Söldner kriegen richtig ins Gesicht. Wollt ihr uns veräppeln? Macht mal keinen Mist, Mensch. Das ist knapper gewesen, als wir gehofft haben. Wir gewinnen die Schlacht, aber... Puh. Wir verlieren ja auch 1400 Mann. Gegner 3.500. Komplett aufgemischt, die Armee. Das hatten wir uns kein Schenken. Das ist alles wieder an Hyrulien gefallen. Wir ziehen die Truppen mal mit gegen die soeben. Besetzt von Lupchen. Wir versuchen halt, die Hauptstadt hier zu erobern. Jetzt marschieren sie wieder zurück. Hm. Wir wissen nicht so richtig, wohin mit ihren Leuten. Die ist soeben. Venezien will mit uns handeln. Leder. Aulek. Was? Aulekzien. Ach, die Namen. Was für Zungenbrecher. Und Turonien. Wo ist denn Venezien? Ja, ganz weit hier. In der französischen Küste. In der zukünftigen französischen Küste. Geben wir es Venezien. Ah, Burgund ist mit in den Krieg gekommen. Als Verbündeter. Wahrscheinlich hier von denen. Dann ist es ein Verbündeter von Hyrulien. Ja. Ach, du grüne Neune. Jetzt geht's los hier. Soldner. 12.500. Denn ihre Moral ist noch unten. Da haben wir uns zu zeitig gefreut. Also ich habe mich innerlich schon ein bisschen gefreut, dass es Bombe läuft. Aber ihr seht es ja selbst. Zu zeitig gefreut. Belagern die Scheunen oder was los? Wo marschieren die hin, ist die Frage. Wir müssen unbedingt hier die Beloggerung durchbekommen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Die Plünderung von Bonitium. Könnte die Hauptstadt, der soeben fällt. Wir können jetzt sagen, was wollen wir machen? Oh, wir können sogar, weil wir grausam sind, niemand wird sich verstecken können. Die komplett platt machen, ja. Aber wir machen das nicht. Wir übertreibt nicht mit den Plünderungen. Wir bekommen etwas Prestige. Wir bekommen Gold. Also Domogastrik-Likes bekommt 30 Gold. Sachsen bekommt 30 Gold. Und 5 Beliebtheiten noch dazu. Wir wollen da keine Bewohner töten. So, jetzt bin ich gespannt, was die machen. Greifen die uns an? Oder warten die mal nach. Die ziehen hier weiter, gehen Norden. Und mit ein bisschen Glück kriegt man das ja auch durch die Beloggerung. Jetzt fangen sie an zu belogern hier oben. Hmm. Das ist ein Vierer-General und ein Neuner-General. Denn ihre Moral ist noch unten. Wir können mit den zwei Armeen wahrscheinlich die hier noch besiegen. Solange die Moral hier noch im Eimer ist. Schande eines Stadthalters. Valorant Dagarikus, einer unserer angesehensten Stadthalter, hielt mitten in einer Dürrezeit. Kennen wir das Event. Ja, der hat schon nur 52 Loyalität. Das gewöhnliche Erfolg ist nicht unser Problem. Ja, wir machen das mal. Wir verlieren da zwar 10 Beliebtheiten, aber der bekommt 10 Loyalität dazu. Krieg nimmt Fahrt auf. Wir werden hier geschlossen. Reinmarschieren. Natürlich muss man auch die Leer-Taste drücken, damit es weiterläuft. Ich hoffe, dass ich das in den ganzen Spielen hier schon verpasst habe. Was ich gar nicht wissen. Wir sollten hier irgendwo eine günstige Stelle finden. Vielleicht, wenn wir da hinkämen, wäre es ideal. Aber wahrscheinlich sind die eher dort. Deshalb bewegen wir uns hier hin. Wenn hier die Belockerung durch ist, haben wir ja auch nochmal 9.000 Mann zur Verfügung. Das Belockern ist egal. Wir wollen hier rein. Wie lange brauchen wir? Wann sind wir da? 29. Dezember. Und was ist, wenn wir mit denen reingehen? Wann sind wir da? Da. Ebenfalls 29. Dezember. Das ist doch perfekt. Herulia, Zentrales. Worte geplündert. Ebenso, wie wir es da unten gemacht haben. Wir wollen hier nicht übertreiben. Betreibt nicht mit den Plünderungen. Die entkommen wahrscheinlich. Aber das macht nichts. Wir haben hier noch unsere Soldatenarmee. Wir nehmen die in die Zange. Von hier unten können sie nicht durch, weil da haben wir eine Festung hingebaut. Auf geht's. Sie haben die bessere Moral, aber es kippt in unsere Richtung. Die Masse setzt sich wieder klar durch. Wir haben viel mehr schwere Infanterie. Und auch viel mehr leichte Infanterie. Wir müssen hause überlegen. Unedle Metalle fallen weg. Das ist richtig schlecht. Darum müssen wir uns schleunigst kümmern, weil das bringt, ihr seht, leichte Infanterie offensiv für bloß 10%. Da müssen wir umgehend nachbessern. Unedle Metalle. Mit denen können wir handeln. Vangionien. Die marschieren hier rüber. Wahrscheinlich ziehen die aber alle weg. Die sind fest und marschieren wohin? Singulonia Borealis. Hier oben rein. Wir sind siegreich. Das ist die Schlacht hier unten. Sie haben komplett ihre Armee verloren. Das hätte ich nie gedacht. Aber uns soll es recht sein. Wir verlieren natürlich auch 2000 tapfere Kämpfer. Das ist ärgerlich. Aber sie verlieren halt 6500. 2000 ist es exorbitant viel. Ach, hier ist eine Provinzhauptstadt. Schaut mal. Ach. Das ist ja auch witzig. Schaut mal. Ich habe mich schon gewundert, warum die hier oben vor uns so schnell alles erobert haben. Die hatten ihre Hauptstadt in Langobardien. Und hier oben haben sie aber noch eine komplette Provinz. Also komplett noch nicht einmal, weil hier Rukia hat ja auch noch drei Siedlungen. Und deswegen ist hier oben noch eine Provinzhauptstadt. Die müssen wir uns noch krallen. Marschiert mal los. Die Antra-Armee bitte mal da hingehen. Ja, hier oben wird es dann schon knapper. Jetzt die Schlacht. Vielleicht dann mit der Verstärkung. Denn ihre Moral ist nach wie vor weit unten. Die marschieren nach Insula Anglorum. Jetzt sind sie fest. Jetzt gehen wir rein. Mit allem, was wir haben. Das wird wahrscheinlich eine vernichtende Schlacht für die Gegner. So. Hier oben ist es jetzt wichtig. Weil das ist am knappesten. Ja, wir können halt nicht beide gleichzeitig beobachten. Aber ich denke hier unten, das Ding ist... Ja. Das sieht sehr gut für uns aus, weil denen ihre Moral von den Soldern war noch niedrig. Und das hier oben wird bedeutend knapper werden. Wir haben die bessere Taktik. Nee, die haben die bessere Taktik. Mist. Ach, wir brauchen die Verstärkung. Haltet noch durch, bis die Verstärkung da ist. Schnell. Wann kommt ihr denn hin? Oh, das... Jetzt haben wir nochmal ordentlich Gas gegeben. Die Verstärkung muss rein. Boah, ganz knapp. Ohne Verstärkung. Heftiges. Da werden wir auch 1600 Mann verloren. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall siegreich gewesen. Wir verlieren 3000. Wir über 3000 sogar. Wir haben die höheren Verluste. Das ist gar nicht gut. So, die Provinzhauptstadt ist uns. Eroberungen werden durchgeführt. Hier rennen. Auch nochmal Solden herum. Ich bin heilfroh, dass wir die 6000 Solden hier auch noch mit rekrutiert haben. Ihr seht's ja. Wir brauchen's unbedingt. Ja, jetzt kommen auch noch die Burgunder. Oh Mann. Wie sieht's hier nahrungstechnisch aus? Ach. Wartet mal. Wir haben die Schlacht verloren. Hä? Ich dachte, wir hätten die Schlacht gewonnen. Och, nö. Woll ich mich verlesen? Scheibenkleister. Das ändert die ganze Situation jetzt. Können wir denn schon Frieden fahren? Wobei, müssen wir schon Frieden verhandeln? Wir müssen hier unten die abfangen. Das auf jeden Fall. Bevor denen ihre Moral stark genug ist. Das ist ein 8er General. Mit den Truppen. Das muss natürlich überall auch Anschluss erlauben. Ach, so ein Mist. Das heißt, die Schlacht, wo ich gesagt habe, die gewinnen wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, haben wir auch noch verloren. So ein Kack. Jetzt belagern die die Hauptstadt von Eurulien. Wir schauen mal spaßeshalber nach, was wir denn jetzt schon bekämen hier. Die Hauptstadt. Das. Das wird man schon gar nicht mehr bekommen. Komplett Herulien wird man auch nicht bekommen. Nein. Das wird nix. Wir müssen den Krieg noch weiter fortführen. Ob wir wollen oder nicht. Marschieren weg von hier. Hier kommt es zur Schlacht. Das sollte man gewinnen. Denn ihre Moral ist am Boden. Verlieren aber auch nicht wirklich viel. Das ist das Problem. Wo rennen die jetzt hin? Die wollen es wissen. Krass. Die greifen an. Wir müssen die Leute unterstützen. Ich traue dem Ganzen nicht, dass wir die Schlacht hier verloren haben. So ärgerlich. Aber nun gut. Nützt alles nichts. Hä? Wir sind sie aber weit marschiert. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber greifen wir euch nochmal an. Soll uns recht sein. Birn. Oha. Entscheidende Schlacht. Unsere Verbündeten kommen noch. Aber nicht mehr rechtzeitig. Wir verlieren das wieder hier. Das war doch grün. Was ist denn hier los? Keine Chance. Das gewinnen wir. Aber das für oben verlieren wir. Außer die Verbündeten kommen ja rechtzeitig rein. 18. Juni. Ach, eine Woche. Halten wir nie und nehmen wir mehr aus. Das war klar, dass wir hier siegreich sind. Aber hier oben verlieren wir. Jetzt gehen unsere Verbündeten rein. Und hier kommt nochmal unsere dritte Boreaner. Kann die noch was reißen? Ja, jetzt reicht es halt. Endlich kriegen wir die geschlagen hier. Das gibt es doch gar nicht. Vierer General, der hier zwei Schlachten schlägt, wo wir, die wir eigentlich haushoch gewinnen müssen. Hm. Hat er irgendwelche Geheimwaffen? Oder was? Endlich haben wir die besiegt. Ganz wichtiger Sieg. Wenn die fest sind, marschieren wir hier hin, um die abzufangen. Ha! Die rennen hier bis zur Hauptstadt. Die fliehen auch bis zur Hauptstadt, oder? Nee. Bisschen unten hin. Okay. Skirion. Sag jetzt nicht, dass die hier auch noch mit in den Krieg rein kommen. Nee. Die haben nicht ihren eigenen Krieg, anscheinend. Ja. 48 bloß noch Kriegsstand. Wir müssen hier Herulien unter uns und Fuchtel kriegen. Scheidungsschlacht. Was war das jetzt? Das ging aber schnell. Ja, die kommen so peu à peu rein. Soll uns recht sein. Gewinnen wir. Uns fehlt das Gebiet hier noch. Die rennen nach Großreudingien hier hinten hin. Die sind so weit geflohen, dass die jetzt auch schon wieder volle Moral haben. Können wir wagen, die Truppen hier abzuziehen? Nee, können wir nicht. Ach, Mann. Noch mehr Söldner. Ha, die habe ich mal, bevor sie aufs Festland marschieren können. Das sollte eine eindeutige Sache werden. Sehr gut. Jetzt noch schnell dahin. Um denen hier den Weg abzuschneiden. Ach, das sind unsere Verbündeten gewesen. Okay, alles klar. Die haben sich auch erheult. Die verziehen sich. Wir müssen hier aber die Stellung halten. Wir wissen jetzt nicht, wo die angreifen werden. Ein bisschen im Auge behalten. Ah, da kommen sie auch schon. Katz- und Maus-Spiel habe ich mir gerade so gedacht, ja. 87 Kriegsstand. Die bloggern jetzt die Hauptstadt dort. Hier findet auch eine Bloggerung statt. Also ich finde, es ist gerade ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt, um hier Friedensverhandlungen zu beginnen. Weil, was könnten wir jetzt noch erreichen? Unsere Armee hier ist gebunden, weil die hier, ja, man schaut mal hier unten, kommen wir auch nochmal Soldaten an. Also die Armee können wir jetzt nicht für den Kampf gegen Burgund noch mit frei machen. Die brauchen wir hier. Wahrscheinlich würde die langfristig dann hier sogar noch mehr Truppen benötigen. Dann hier oben, wenn wir hier alles zusammenziehen und dann nach Burgund marschieren. Es wäre natürlich genial, wenn wir Burgund noch bekämen. Dann hätten wir ja halt auch einen Brückenkopf. Aber wartet mal. Wir schauen es uns mal an, was wir jetzt bekämen. Alles. Sind wir gierig, Leute? Oder geben wir uns damit zufrieden? Oh. In meinem Kopf rattert es. Was machen wir? So verlockend hier. Burgund. 8000 Mann. Die Verbündeten noch. Ich glaube, wir wagen es, Leute. Wir wagen es und werden die Schlacht noch gegen Burgund weiterführen. Wir machen normal noch keine Kriegs-, ähm, Friedensverhandlung. Kriegsstand, ja, ist relativ hoch. Aber es wäre absolut wunderbar, wenn wir hier einen Brückenkopf hätten. In Skandinavien. Wir wagen, ja doch, wir wagen es. Wir haben doch hier oben auch, wo ist denn der 13er General? Hier, hier haben wir den 13er General mit dabei, den schicken wir mit nach Burgund. Ja. Wir probieren das, Freunde der Nacht. In der nächsten Folge wird der Krieg fortgeführt, in der Hoffnung, dass wir Burgund noch erobern können. Hier wird es nur ein Verteidigungskrieg gegen diese zwei Söldnerarmeen. Aber solange die noch niedrige Moral haben, sollten wir das hier hinbekommen, in dieser ersten Boyana. Freunde der Nacht, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in den Kommentarleist. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.